Ich grüße euch in meinen täglichen Finanzenergie am 4. August 2017. Wie beeinflusst die kosmische Energie unsere Finanzen? Wie können wir das vorteilhaft nützen und wo sollten wir achten? Erstens ist wichtig, dass wir von etwas überzeugt sind und dass wir das überzeugt vermitteln. Und wichtig ist, dass wir unseren eigenen Ideen vermarkten. Dass wir mit Herz und Seele dabei sind, weil das führt zum Erfolg. Dann ist auch wichtig, dass wir Gespräche führen und wo wir Vorteile haben, weil wir kommen zu neuen Ideen oder neuen Kontakten und dadurch auch zu neuen Kundschaften. Und das führt natürlich für ein Wachstum und auch für finanziellen Erfolg. Das ist die Freizeitbeschäftigung. Entweder Sport oder eine Veranstaltung oder ein Verein, wo wir mit gleichgesinnten Leuten, mit Bekannten, mit Freunden treffen. Weil das ist eine Unterstützung zum beruflichen Erfolg, Unterstützung für Finanzen. Dann ist auch wichtig, dass wir unseren Ideen, die Mut und die Kraft haben, das umsetzen. Und dass wir das Feingefühl haben, zum spüren, wann ist der richtige Augenblick für diesen Neubeginn. Also beides, auch die Ideen, das Denken, aber auch das Gefühl für den richtigen Augenblick, für den richtigen Zeitpunkt, das beides berücksichtigen. Mit diesen originellen Ideen können wir unsere Finanzen verbessern. Und das ist eine spielerische Art und Weise. Wir sollen aber auf die Termine, auf die Verträge, auf die Gespräche, auf die schriftlichen Sachen ganz genau achten und alles noch überprüfen oder überprüfen lassen. Und dann, die Genauigkeit ist sehr wichtig. Wo wir Einschränkungen sind, das sind die Ämter, wie Bank oder Finanzamt. Da sind viele noch unklar oder das schränkt uns ein oder kommen Unsicherheiten oder läuft vielleicht sogar etwas ungerecht. Da sind die Einschränkungen da. Und das war die heutige Finanzenergie. Natürlich, das ist allgemein beschrieben. Und wenn jemand das Maß geschnitten möchte, auf dem eigenen Geburtshoroskop anpassend für das eigene Geschäft und das eigene Finanzen zu verbessern, kann natürlich ein Finanzhoroskop bei mir gerne bestellen. Und die Kontaktdaten werde ich sofort einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.